also so aufgeräumt genug jetzt das eisenerz überprüfen lassen so Bei ihm sollen wir das Eisenerz überprüfen. Und den Raffineriemeister berichterstatten. Ah ok, hier durch die Tür. Einmal zum Schmied gehen. Kann jemand mir helfen? Lieferung der fertigen Ware. Gleichheitlich an dem Rüstungshändler. Na komm schon. Das ist ein Schmied. Komm. Meldung illegaler Transaktionen. Okay. I have undivided loyalty for parliament. Meldung illegaler Transaktionen. Mh-hm. 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 das ist zu weit weg außerdem bringt es nichts das ist eine Quest auf Zeit, die können wir auch aufgeben die werde ich mal annehmen die werde ich jetzt mal aufgeben, ja bitte den kann ich hier aufbewahren hier kann ich mitreden das kommt Das war's für heute. der laufborsche. soll ich wieder mit ihm reden? der ist auch ein bisschen was weg. ja mach mal. geht ja noch ich werde mit ihm reden. ich werde mit ihm reden. Vielen Dank. Das war ein, das war ja. Und drei. Noch eine Quest. Jetzt sieben. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Und da hinten ist dann nochmal sieben. Und wieder mit ihm reden wahrscheinlich. Das finde ich. Vielen Dank. Der ist eigentlich viel zu weit weg von Calphium. Ops. Da ist Fuga wieder. Da ist Fuga. 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 Okay, es hat sich doch gelohnt. Okay. 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 Jetzt mit dem nächsten reden. Hier ist auch noch jemand mit einer Nebenquest. Hier ist auch noch jemand mit einer Nebenquest. Hier ist auch noch jemand mit einer Nebenquest. Hier ist auch 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 jemand mit einer Nebenquest. dann ein bisschen schneller vorangeht.